Hallo und herzlich willkommen zurück. Es ist endlich wieder Zeit. Es ist Zeit weiterzumachen. Es ist Zeit Videos zu produzieren und online zu stellen. Ich bin wieder da, will ich damit sagen. Der Urlaub war sehr schön und ich war dann, ich bin jetzt noch, weiß ich nicht, zwei Wochen bin ich hier und es war auch schönes Wetter und so und da hatte ich wenig Zeit Videos aufzunehmen. Jetzt in der letzten Woche habe ich dann endlich mal wieder angefangen. Also in die Hände gespuckt und aufgenommen. Ähm, ja. Und dieses Video soll einfach nur erklären, welche Formate jetzt wegfallen und welche, wie der neue Plan so quasi aussieht. Da fangen wir auch direkt mal an mit dem neuen Plan. Und zwar fangen wir montags an. Montags wird kommen StarCraft II. Also Brilli Royale spielt StarCraft II. Damit geht es am Montag endlich weiter. Also das wurde jetzt verschoben, kommt nicht mehr sonntags oder mittwochs war es, glaube ich. Nein, es kommt jetzt montags. Dann dienstags, da kommt noch Terraria. Ja, wir haben, glaube ich, noch so, ich glaube, fünf oder sechs Folgen. Das heißt, ähm, bis das aufgebaut ist, kommt dienstags Terraria. Da kann ich euch auch empfehlen, weiterzugucken, denn es wird jetzt, ähm, doch sehr spannend dort. Ähm, am Mittwoch ist noch nichts eingetragen. Da kann dann, ähm, irgendein Projekt folgen. Wenn ich irgendwas zocken will, dann folgt das an dem Mittwoch, weil der jetzt momentan frei ist. An dem Donnerstag geht es weiter mit Brilli Royale spielt StarCraft II. Da sind wir, ähm, ja, weiterhin dabei, die Placement-Matches auszuführen. Und es wird mega spannend, das sage ich euch. Wie werden wir gerankt? Und so weiter. Ähm, dann Freitag kommt, wie gewöhnlich, wie es auch vorher schon der Fall war, Anno, äh, 20, 70. Ich wollte gerade irgendwie 16 und 2 sagen, aber das wäre doch ein bisschen alt. Dann Sonntag, äh, Samstags, Freitag, Freitag kommt Samstag, richtig, Samstag kommt ein neues Format. Das ist dann auch heute der Fall. Heute kommt also dieses Infovideo und noch ein Video, ein neues Format. Seid gespannt, nein, ich sage es jetzt auch, was es ist, denn es ist ja schon Samstag, also darf ich es auch verraten. Es ist, brrrrm, Drommelwirbel, ein kleiner, bitte. Es ist Dota 2. Heute folgt die erste Folge Dota 2. Ähm, ja. Ja, es wird heißen Projekt 3000, weil ich, äh, weit unter die 3000er Marke gerutscht bin und dort wieder hin möchte. Und das ist einiges an, äh, ja, einiges an Unterfangen. Also, es wird, es wird spaßig und schwierig. Ich bin mal gespannt, äh, wie weit wir da kommen. Ähm, es kann bei Dota auch sein, weil es sehr aufwendig in der Produktion ist mit dem ganzen, ähm, Vorspulen. Ich spule vor, ich schneide nicht raus, sondern die Szenen, die, ähm, die unwichtig sind oder die, wo nicht so viel passiert, die werde ich, die spule ich vor. So, dass ihr aber immer noch ein bisschen verfolgen könnt, was dort passiert. So, dass es nicht so abgehackt ist. Das finde ich besser zum, ähm, zum Anschauen. Aber ihr werdet das natürlich heute in dem ersten Spiel sehen. Ähm, also es kann durch diese, ähm, durch diese viele Arbeit, die an so einem Video hängt und ich halt nicht unendlich viel Zeit habe, kann es halt sein, dass mal eine Woche ausfällt. Aber ich hoffe es nicht. Also, Samstag ist Dota-Time, ja. Und dann Sonntag kommt ein neues Projekt. Dazu kommt aber morgen ein, äh, weiteres Infovideo, in dem ich erkläre, um was es sich dort handelt. Ihr könnt gespannt sein, falls ihr, äh, ich kann schon mal erklären oder erwähnen, dass es nicht um Spiele geht. Tja, um was dann, fragt ihr euch? Das frage ich mich auch. Nein, ich frag mich das nicht, weil ich es weiß. Aber, ihr fragt euch das, oder? Fragt ihr euch das? Ihr fragt euch das. Naja, ähm, jedenfalls, ähm, ja. Achso, nein, stopp. Es ist noch nicht zu Ende. Ich muss ja noch sagen, ihr habt ja jetzt den neuen Plan, äh, gehört. Und da fallen natürlich jetzt, sind einige Sachen rausgefallen. Und zwar ist rausgefallen, Brilli baut. Ich hatte gehadert, ich habe ja seit dieser längeren Pause, hatte ich ja dann irgendwie nochmal zwei, drei Folgen aufgenommen. Aber dann gemerkt, irgendwie macht es mir nicht mehr so viel Spaß, alleine auf dem Server da rumzueiern. Und deswegen bin ich gerade hoch in der Planung zu einem neuen Minecraft-Projekt. Zusammen mit dem guten BS-Royal, der auch heiß drauf ist, Minecraft zu spielen. Das heißt, wir sind auf jeden Fall schon mal zwei. Vielleicht kommen hin und wieder mal ein paar Gäste dazu. Das müssen wir mal gucken. Ähm, und ja, also, Minecraft, also Brilli baut in der Form. Solo ist jetzt momentan vorbei. Okay, definitiv. Und, ähm, es wird aber in nächster Zeit, spätestens, wenn Terraria zu Ende ist, wird ein neues Minecraft-Projekt folgen. Also, es ist nicht, dass Minecraft tot wäre. Nein. Im Gegenteil. Ich freue mich schon wieder auf eine neue Minecraft-Session. Nur hatte ich in dieser jetzigen Welt irgendwie nicht mehr so viel Spaß, weil ich dann raus war nach dieser langen Zeit. Ich war einfach raus irgendwie. Ah, versteht ihr. Ähm, dann ist nicht mehr dabei, äh, ja, mein allseits geliebtes Assassin's Creed 4. Black Flag ist rausgeflogen. Die letzte Folge erklärt das. Ich hab echt dann keinen Bock mehr. Es war natürlich mein Fehler. Ich seh's ja ein. Und ihr findet das lustig, wie ich da immer ausraste. Aber ganz ehrlich, da war ich wirklich abgenervt. Aber richtig abgenervt. Und deswegen fliegt es erstmal raus. Vielleicht kommt's ja irgendwann mal wieder zurück, wenn ich mal wieder Bock drauf hab. Und, äh, ich will's ja eigentlich auch zu Ende spielen. Das hatte ich ja gesagt, dass ich das unbedingt machen will. Aber, ach, ganz ehrlich, jetzt erstmal nicht. Ich hab da keinen Nerv mehr zu, ja. Also, Assassin's Creed ist auch raus. Was war noch raus? Ist noch irgendwas raus? Ach so, ja, die beiden kleinen Projekte. Äh, Dota Funmaps ist raus. Weil es einfach dann jetzt nicht mehr so viel Variation... Also, es gibt noch etliche Funmaps, klar. Aber da kann es sein, dass das dem Zuschauer dann ein bisschen langweilig wird. Und Heroes of the Storm ist natürlich auch raus. Das wird jetzt durch Dota ersetzt, ja. Da wird das schlechte Spiel durch das Gute ersetzt. Ich sage, wie es ist. Heroes of the Storm ist ein schlechtes Spiel. So. Jetzt ist es raus. Nein, das ist kein schlechtes Spiel, aber es macht mir eindeutig keinen Spaß. Dota ist, finde ich, auf einem ganz, 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 ganz anderen Niveau. Ähm, von daher, Heroes of the Storm wird durch Dota 2 ersetzt. So, das ist eigentlich alles. Ich glaube, das war's. Der Rest, den gibt es noch. Ähm, Anno. Dazu kann ich noch kurz sagen, dass, äh, ja, auch in ungefähr einem Monat Anno 2205 kommt. Da bin ich mir aber noch nicht so sicher, ob ich mir das holen werde. Ich hab mir da, äh, bei den Rocket Beans war letztens einer von ein paar Tagen, der, äh, so ein Entwickler. Und da hab ich mir Anno angeguckt und bin zu dem Schluss gekommen, dass ich doch eher enttäuscht bin von dem, was sie da geliefert haben. Ähm, da werde ich mich aber noch weiter informieren und mal ein paar, äh, Reviews abwarten. Und, ähm, ja, vielleicht wird dann Anno 2070 noch durch 2205 irgendwann ersetzt. Das werden wir sehen. Auf jeden Fall freut euch jetzt auf Dota heute. Morgen ein neues Projekt. Das vielleicht nicht jedem zusagt, das kann ich verstehen, aber das werdet ihr morgen sehen. Und am Montag kommt dann wieder StarCraft, Dienstag Terraria, Mittwoch noch nichts. Kann aber sein, dass noch was kommt. Aber jetzt schon am Mittwoch. Ich muss mal, muss mal überlegen, ob ich ein Spiel finde. Also es gibt ja etliche, die ich aufnehmen will. Aber ob ich das zeitlich noch bis dahin schaffe. Und, ähm, Donnerstag wieder StarCraft. Freitag Anno, Samstag Dota. Damit fangen wir heute an. Das wird heute im Verlauf des Tages kommen, das erste Dota-Video. Also, liebe Leute, ich bedanke mich für euer Zuhören, weil es ist doch ein bisschen länger. Ich hoffe, ich hab nicht so viel geplappert. Also, wir hören uns auf meinem Kanal. Macht's gut. Und ich freu mich. Ciao, Leute.